Ich habe vorhin noch ein perfektes Hasenfilm. So einer liegt da noch rum. Wir wollen doch nichts verkommen lassen. Ach, ein Ririun. Ach, ein Ririun. Was habe ich da erwischt? Das ist schon tot. Ah, ich das Ririun, das andere. Habe ich. Rauch. 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 Ja, schönen Äpfeln. Ich glaube, du scheißt dich gerade selber an. Ja, du bist ein starker Mann. Ja. 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 Da ist ja nichtst der Leiche rum. War da jemand unvorsichtig beim Überqueren in der Gleise? Ah, das war jetzt diesmal ein Geier. Nicht der da drunter? Schauen wir mal. Ups, was haben sie mit dem gemacht? Heieieiei. Das ist ja brutal. Wenn ich das mal so sagen darf. Da geht die, die, die geht. Wo ist der Kopf? Ich schätze mal, da gibt es nichts mehr zu plündern. Aber so viele Gedäme könnt ihr doch gar nicht haben. Da ist der Kopf. Ist das eine Nachricht? Teil einer Karte. Oder? Me. Hm. Erstes Mordfallhinweis. Fetzen. Höh! 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 Abgetrennter Kopf. Jetzt haben wir alle die passenden Teile der zu rissen in der Landkarte, um das Geheimnis zu lösen. Ja, es ist doch mal irgendwie gut, sich alles anzuschauen. Ist das ein Wolf? Vielleicht kann ich kein Tierfett mehr tragen oder sowas. Was hab ich hier? Das war doch irgendwie was Großes. Trottanker, ja. Komm her, Brauna. Ja, da sind wir noch schon in der Stadt. Können wir als nächstes mal zum Metzger und das Zeug verkaufen, oder? Wo ist denn der Metzger? Da hinten. Bevor mir das abfault. Oh, komm. Höh? Höh, springt der nicht drinnen. Ich erinnere mich an die drei Hindernisse innerhalb von 15 Sekunden. Ah ja, da haben sie wieder welche gehängt, oder? Ich weiß nicht. Was ist das Hotel? Es ist ein paar Jahre alt. Du hast nicht noch einen Butcher gesehen, hast du? Was verkauft er denn? Was ist das Wildvogelfleisch? Du hast nicht viel für. So nicht viel für. Das ist nicht für mich selber. Wie viel Volt, Serbs willst du noch mit der Raum tragen? Das beiden war. Tierfett. Soll nicht viel. Da kann ich Explosivpatronen draus machen. Ich hätte hier versanen Kadaver. Da habe ich Kadaver. Wir gehen zur Feder. Da kann ich dann irgendwelche Pfeile noch draus bauen. Die will ich gar nicht loswerden. Was ist das? War Pity geweih? Hier Spocken geweih. Da gibt es richtig Geld für hier. Für das blöde. War Pity geweih. Die cleanste Kälte, die du nie hättest, war der Name. Danke für deine Hilfe. Hallo. Danke, Partner. Trust dir in das, Föder. Define uns. General Store hat doch auch Munition. Und mehr brauche ich doch nicht. Pferd anbinden. Du gehst mir von meiner Frau, du sagst, ich fahre mich. Ja, du gehst mir von meiner Frau, du sagst, ich fahre mich. Hey, es reicht. Ich plündere den nicht. Nee, nee. Da bin ich wahrscheinlich ein Dieb, oder? Hey, nachts, wenn keiner mehr auf der Straße ist, und der Leinmer noch nicht. Du, ich brauche Munition. Und Pfeile. Und Uhr. Nee, die Uhr finde ich schon mal anders. Ich habe ja mehrere gespendet. Jagd- und Angelzubehör. Erstmal Munition. Noch genug. Noch genug. Dafür brauche ich. Rundlich. Um, hm-hm. Normal? Wer brauchst du normal? Ich nehm die gute Express. Dann machen wir auch mal wieder voll. Oh, mehr gibt's nicht. Es gibt hier nur die normale. Wir müssen doch vielleicht zum Waffenhändler. Die Jagdangel zu Behörden. Eine Angel hätte ich gern. Ah, siehste mal, das ist hier auch noch, äh, gesperrt. Weil, irgendwann kommt dann wahrscheinlich eine... Eine Bissung, wo man einmal muss. Eine Bissung, wo man einmal muss. Ich habe noch mehr wieder. Ich habe noch eine Bissung. Ich habe noch mehr die Bissung genommen. Auch noch mehr, wenn man müsste. Aber das ist nicht so. Ich habe noch mehr. Ich habe andere Bissung. Ich lese immer Rittersporen und nicht Reitersporen Meine Hände sind ziemlich dreckig Vielleicht muss ich mal wieder Ach, dir kann ich vielleicht was verkaufen, warte mal Äh Da-da-da-di-di Wenn ich ein bisschen Platz kriege Ich hab hier zum Beispiel Pomade Brauch ich nicht Kaffee Äh Trinke ich eigentlich im Lager Ich mal immer einen dabei Ähm Obwohl ich will ja den Platz frei haben Naja Für die Stimulanz Ich glaub die kann ich mir selber machen Hab ich auch noch nie genutzt Komplett wieder her und versteckt sie ein wenig Und das ist für beides Brauch ich das doch gar nicht Dosen Mais Was denn scheiß Dosen Mais Ich hab echt genug zu fressen Was hab ich denn da mit Dosen Mais Hallo Bohnen Habe ich auch noch nie Probleme mitgehabt Was war das Pferdeerwecker Erweckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben Und stellt etwas von seiner Gesundheit wieder her Das behalte ich Komplett wieder her und versteckt das behalte ich auch Dosen Aprikosen Da ist die doch viel besser Also weg Pflanzenfresser Köder Komm weg damit Da kann ich was mit basteln Äh Den Bourbon Weg damit Schlamm Äh Den haben wir nie genutzt Noch ein bisschen Platz gemacht im Inventar Bye bye Die FPS sind schon wieder so Ich geh in Zeit Uber Wir lassen den da einfach liegen Dann gibt's ja eigentlich keinen Bestatter Aber ist vielleicht sein Pferd hier Hallo da Dann öffnen das Schert rein Wait a minute Is that who I think it is? It's been a long time So what are you aiming for today? Ah let's have a look Springfield Springfield hab ich ja schon Ach und das reicht auch Und die anderen gibt's grad nicht Dann gehen wir mal zur Munition Ich glaub du hast mehr Auswahl Hier du hast nämlich auch Express Pistolen Munition Express Pistolen HG Ah wird aber schon teuer dann Ach jetzt hab ich Revolver Espress gekauft Ne Ich wollte auch Pistolen Espress Ah war so viel Weiter Was ist HG Hochgeschwindigkeit Okay Okay das ist die beste hier Und das ist mal Mint Die hab ich voll Pfeile hab ich auch voll Verbesserstes Holz Da hab ich Waffenöl Okay Hab ich's Nix Mehr gibt's nicht Ich kann mein Zeug mal ein bisschen Anpassen lassen Oder säubern lassen Kann ich das nicht selber machen Warum zeigt er da eigentlich Den Zustand an Mach mal Mach mal sauber Für wenig Geld Er ist sauber Einmal sauber machen bitteschön Das hab ich jetzt ein paar mal abgefahren Gefeuert Ich glaub da kaufe ich mir nur das Lederdings Ach hab ich schon Ain't no trace of rust On that As far as I can see Beautiful condition Keep it up Good Ain't no trace of rust On that As far as I can see I'd like to give this a personal touch With some engraving As far as I can see 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 Oh shit I forgot There's more cattle missing out in valentine People say and its outlaw Da ist immer noch zu Da ist immer noch mein Fell Das hatte sich jetzt gemerkt Die Karte Aber ich war ja selbst da ganz oben Aber das verstehe ich nicht Was ist hier? Da unten darf ich nicht Vielleicht will ich ja mal wieder ein legendäres Tier sammeln, oder? Da muss ich ja wieder zum Trapper Guck mal, da gibt es Hasen Warum wollen wir nicht da hin? Und das machen wir morgen Und heute geht es nochmal nach Zum Schlaf nach Hause Jetzt ist es irgendwie auch schon dunkel, da kann man dann noch irgendwie mal schnell den Typen da fleddern, oder? Wenn keiner guckt Vielleicht muss ich das ja sogar Weißt du was ich mache? Ich speichere das mal kurz Und wenn es dann schief geht, kann ich es wieder laden Man kann ihn natürlich auch erst mal mitnehmen Darf man nicht? Was hätte es denn gegeben? Es ist zwei geplündern Es ist zwei geplündern Da darf keiner zugucken Da ich das nicht gewusst habe Darf ich neu laden Wo war denn das? Wo war denn das? Hier Jo, da bin ich wieder Jo, da bin ich wieder Irgendwie tauche ich dann mal an demselben Punkt dann auf Wenn man her fährt Ich kann eigentlich auch mal wieder in der Wildnis immer nach Wie spät ist es denn jetzt? Na, da kann ich aber noch locker ins Dings wieder reiten Ins Laden Ich wollte dann nachher dann Ja, die Hasen Ja, die Hasen Die Hasen